What's up, what's up, skateboarder? Wir waren das ganze Wochenende mit Real Team Riders unterwegs. Das sind drei verschiedene Städte, die wir geskated sind. Dick Street Skaten, ein paar Embedis gefallen und natürlich ein Specials wird es mitten im Video geben. Und wir sehen uns sowieso am Ende des Videos noch einmal wieder. Bis gleich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ey! Hey! 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 Hallo, ich bin gut! Alles gut? Ja! Ich bin gut! Willkommen zu Hagen! Alles gut? Hallo! Hallo! Alles gut? Hallo! Danke. 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 Danke an die Community. Damn! Mr. Fusty in the house, Lenny Jansman. G. No fucking way, Majin. Let's go. Oh, it's clean, I feel like. Wow, okay. Good man. Hey, hey, hey. And be in the house. Entschuldigung, Entschuldigung! 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 Das war's. Ja! Roar! Roar! Geh ver! Ja, das war's! Geh ver! Oh, oh! Oh, no! Oh, na, oh! Ich habe dir immer gerne für geile Tricks, immer gerne Hilfe am Start. Und Nassim! Fabi, komm, lass mal Bord übergeben hier! Danke schön! Und natürlich, wie versprochen, auch von mir, das 825er-Board, was er fährt. Glückwunsch, Brody! Champ Champ! Champ Champ! Er hat es geschafft, der krasseste! 13 Jahre alt, die heftigsten Stufen. Jetzt zwei Boards. Neues Shirt, zwei Boards. Vielen, vielen Dank, Real Team Riders, an den TM, natürlich in den ganzen Aachener Skate Center. Das ist die neue Szene hier, die ganzen Kids. Und wir sehen uns. Peace! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Kannst du noch ein Stückchen weiter? Weiter! Ja, das fliegt. Bro. Um geht's an die Du hast du einen Bruch, dass du eine ... Die Fluss in der Luft Ohhhh! k k k k k k k Ah, bl***h! Ah, bl***h! Wir sind hier im DIY, super entspannt, vielen Dank natürlich an TM, an Real Team Riders, dass ihr das Ganze möglich macht, super geile Zeiten hier und wir chillen hier ab. Bailey ist jetzt auch dabei. Und ja, natürlich hier ganz entspannter Session. The new friends from Nassim, best new friends. Don't forget these ears. Thanks Puffy. Easy. Thanks. Thank you. Danke Puffy. Easy. Oh yeah. That was how we're rolling. Oh boy, it looks so good. It is so good. It is so good. Wow. It's the story, honey. So good. 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 Oh boy, that was a good number. It was a good number. So good. So good. So good. Let's go. So good. Let's go. Okay. Let's go. Get one more time, man. Oh! 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 To fake it, du Volk! Oh! 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 Hup! Next one! Wow! This man has to come enough. Yeah! Wow! 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 Jaaa! Komm schon! Danke. Danke, Bruder. Danke. Sir, einmal chocolate reels! Ohhhh! Ohhhh! Still money for the grown-ups! Start! Yes! Ohhhh! Gonna drink tonight! Nice! Ohhhh! 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 Yeah, thank you! Bro! See Kwan! Bam! Yeah! Thanks, Jee! Wow, yeah! Ein geiles Wochenende mit Real Team Riders ist zu Ende. Deswegen vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Es war sehr geil, sich das beste Skateboarding direkt aus der ersten Perspektive hier zu geben. Hier und drunter wird natürlich der Link sein zu der Webseite, zum Blog, wo ihr Real Team Riders antreffen könnt, wo die nächsten Contests sind und wo auch Gewinnspiele stattfinden. Also, checkt das ab. Wir sehen uns natürlich sowieso jeden Tag wieder. Hier ist ja jeden Tag Content. Also, passt das nicht und abonniert den Channel. Everyday, all day. 24-7. Skateboarding. Also, verliert euch selber keinen Tag, denn ein Tag ohne Skaten ist ein verlorener Tag, ne? Also, geht vor Gott, geht Skaten. Hab Spaß! Peace! boom. 1, 2, 3, 4, 5,� depos jEMAAs! Hi. OK. NOD-O-ROZ! Ja, ja. Aye, ja. OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an, da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir jetzt gar nicht. Das geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter, also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen, wird natürlich eine E-Mail Adresse hier unten drunter einfach knallen, da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre und dann checken wir ab, wie das Ganze dann aussehen soll, zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch, das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Und ich sag mir, wer ist dein Dealer, Pop und so smakelig, manche sind Dealer, hast du es noch nicht gehört in der City, weil sie sind topisch, muss hustlen, you with me? Nosegrind, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht, sag mir, wer ist dein Dealer, ey, sag mir, wer ist dein Dealer, yeah, ich häng mit OG dem Pop. ... ...